Ich bin Monsieur Die Ehre meinerseits, Madame Sie sind enttäuscht Sie wollten ja den Zahnen fotografieren Wollen Sie mir nicht zur Aufnahme sitzen? Nicht als Zahn, als Mütter Die Menschen auf die Straßen geht Mit anderen Menschen, die alle seinesgleichen sind Das wird das Beste wird Wenn Sie sich still wie jeder Mann vor meiner Kamera verhalten Sie sollen ihre Freude an mir haben Wo sind wir hier? Hoch über Boulevard Wo ist Paris? Wie sind Köln in der Tiefe Wie schön ist diese Aussicht auf Paris Der Eifelturm, der wie ein Riesenspargel aufschießt Oh, Madre Nuller Rouge Und bei Nacht noch interessanter Paris 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 1954 Paris 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 Ich möchte nicht in diesem Augenblick Napoleon sein. Verstehen Sie das, Madame, wünschen Sie, dass ich begreife es um. Monsieur wünscht dringend. Monsieur wünscht dringend. Wir haben Zuschauer, was sehen Sie? An allen Wänden die Bilder von Herren und Damen. Wer sind Sie? Erklären Sie mir die Galerie der Wirklichkeit, die Sie hier fixierten. Wer ist der Träger dieses linienzarten Kopfes? Das ist ein Mann. Vielleicht ein Weib. Wer kann das heute unterscheiden? Vor diesem Bilde habe ich keine Zweifel. Der Ansatz eines Busens überrennt das Kleid. Wie heißt die schöne Dame? Mehr für den Namen. Und diese hier ist splitterhase, nackt, wahrhaftig kühn. Doch möglich, weil der Körper von Englet ebenmäßig aufgebaut. Bezaubernde Figur. Wer ist die Venus? Eine Dame der Gesellschaft. Also, ich fragte nicht. Ein Hund. Ein kleines liebes Tier, was wie ein Kind mich anlegt. Lieben Sie die Tiere. Mit Eichwunst auch die Tiere. Wir haben genügt. Sie reizend. Was zeigt die andere Wand? Verschwinden Sie, ich bitte und ich befehle. Jedes Porträt ist bewunderlos würdig. Sie haben die Elite, menschliche Charaktere versammelt. Werde ich nicht das Ensemble stören. Reif zu Zerstörung ist alles. Ich werde unterliegen in diesem Weltstreit mit den Köpfen an der Wand. Ich dürfte mich, Madame. Ich höchle die Bommage. Sie verletzt. Ich bin zu Zeugen. Ich bin zu Zeugen. Dann ohne Zeugen. Wir werden allein sein. Wenn man mir aufs Gesicht zieht, kann ich mich nicht halten, wie ich will. Madame entscheidet. Dort, unter dem Tuch. Dort, unter dem schwarzen Tuch.